Ja, liebe Leute, wir sind in der Auswahl zu der Methode von dem nächsten Hauptüberfall und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Ja, wir machen was. Komm, wir machen mal Krach. Genau so ist es. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Fahrer. Ähm, ich mach das. Genau, das ist es. Nehmen wir den, Gustavo Mora. Machen wir das doch mit ihm. Dann geht's los. Okay. Ja, wir gucken, wie weit wir heute kommen. Verstanden. Inspektion des Jubiläers, so. Das ist die nächste Folge. Äh, dann haben wir, glaube ich, soweit erstmal alles erledigt. Das dauert also jetzt alles ein bisschen näher. Ich hatte gehofft, dass wir es heute alle durch. Hey, was's up? Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, um, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so, well, I'm getting a crew together for, uh, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn something, if you're interested. Man, that's not exactly a great sales piss dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Thank you. Maybe one day you can put together your own deals. Your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Jo. So, wir haben soweit, glaube ich, keine Mission mehr über, die wir mit Michael haben, außer die Fremden und Freaks-Slinger. Dementsprechend, warte mal, er hat doch noch, er hat ja drei Missionen. Er hat ja drei Missionen, Moment, ich gucke gerade mal da auf die Karte. Es sind nur Fremden und Freaks, ne? Eins, zwei, ich sehe aber nur zwei. Weil die da unten ist ein Franklin. Das heißt, wir müssen es mit Franklin-Begreben. Äh, mal begnügen. Mal gucken, was der so treibt. Ich hatte eigentlich auch das Worte, dass ich hier schon voll durchstarten kann, mit dem Raubüberfall. Dementsprechend wird das wahrscheinlich noch nicht der Fall sein. So, wir müssen weitermachen auf jeden Fall. Ich brauche vorhin mein Auto. Ich brauche mal eine Mühle. Komm mal her, mein Freund hier. Äh, was? Und ich kriege auch noch ein Dings. Ich kriege auch noch ein Elektroauto. So, hier wäre eine Franklin-Freaks-Mission da, aber ich will eigentlich tatsächlich mal, äh, hierhin. Ich will nämlich gerne weitermachen mit der nächsten Franklin-Mission. Also, eigentlich soll er zum Skistand gehen. Und ich eile hier gerade mit dem Elektroauto durch die Gegend. Ich hätte natürlich nichts beschissenes, das hätte erwischen können. Das war nicht mein Problem, Kollege. Da hast du mir schon die Vorfahrt weggenommen. Wieso? Ja. Dann brauchen wir halt... Das wird er nicht mal lange machen. Ja, böde Amateur. So, die haben wir auf jeden Fall gemacht. 3.000 hat die über 400.000, die jetzt hat ich gegeben. 2.000 oder 2.000 hat. Naja, wir haben zumindest mal... ...wieder eine gute Tat vollbracht. Das war so der Plan auch in der Sache jetzt gerade. Wir können natürlich auch nochmal auch sagen, wir hauen einfach mal ab mit der Kohle. Aber, nein. Diesmal auch nicht. So. Naja, fahren wir weiter. Joa, was haben wir denn heute zu tun? Mal gucken, was das nächste kommt für eine Mission. Was Franklin jetzt für eine Mission noch offen hat. So, jetzt müssen wir natürlich mit der Mühle hier... ...seine weiter, ne? Ja. So, Franklin hat wieder eine Mission für sich. Oh, shit. All our prayers have been answered well. Oh, hello. I don't want to know. Franklin! What the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute. Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house, too. So, you say? Anyway, Magentia is reinvigorating my femininity. So, make yourself scared, boy. Go. Go. With pleasure. Go. And stay out of trouble. Yeah, yeah. Oh, bitch. You ain't no more of a man than me. I hear that. Gangster shit, nigga. Look who's bizzack. Who's had it with it, man? So, stretch? Oh, show some respect here, nigga. That man, they couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his you. What this fool just say? I miss you, dog. Oh, oh. You miss me, huh? Nah, I ain't miss you. You ass could have stayed gone for good. So, I fuck your girl. Mug your mom's. And better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha, ha. You got jokes now, huh? This one, which I'm kind of a VT. Yeah, it's a search. Man, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker. I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga. I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right. All right. You keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit. You gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Strizettes, come on, man. Cool out. Chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. This nigga get on my nerves, too, man. What? Part of the nigga charm, man. Come on, man. This is muscle movement, man. You gonna drive or what, Bill? Drive away. Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. We don't business. Come on, girl. Y'all niggas act like girls. Shit. Not me? Shit. Dann darf ich wieder fahren. Begib dich zur Marnation. Ah. You gonna drop all that bread on that gear? You might as well get a haircut, too. Fucking crazy-haired microphone, motherfucker. I got a microphone I can shove right in your prison pocket. Nigga, you walk like you keister and shit anyway. You know, when I went away, you punks was little homies. And I was a big homie. Now I'm out. And you little homies is big homies. But you still got a respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Wie ich das gehört, packen auch nötig ein Fahrtverbot. Willkommen bei Amunation. Amunation. Armorer to the stars. Hey, what's up, man? Firing range is in the back. And all our weapons are customizable. Oh, hell yeah. You can trick your blam-blam out of here. Quit all that. Just straight up artillery, man. All right? Don't shut the fuck up. I got this, you clowns. All right, homie. Get your shotgun with the flashlight modification. Ich glaube, der eine Schrotfilter mit taktischem Weg. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Geh mal zum Tresen. Schrot, 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 schrot. Schrot. Was ist die hier? Der SMP. Hey, listen up. I want to be crystal fucking clear. Nothing he buying got anything to do with it. Yeah, you know, uh, we got felonies and we ain't touching shit. I ain't even good. Ich brauche keinen fucking Farbton. So, haben wir die auch, ich. Now, let's go bust on some niggas. Man, we got some recycling to do. Come on, man. Send her all friends in La Puerta. Begebt sich zum Treffen bei der Recyclinganlage. Was will der denn machen? Je, ernsthaft jetzt. Ich hab keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Ich kenne die Mission nicht. Da muss die eine Mission noch mal ein bisschen was warten. Ich kenne die Menschen noch mal ein bisschen was. Ich kenne die, was ich weiß nicht. Ich kenne die Menschen. Nein, homie. Wir haben uns selbst einen Drogen. Warum habe ich das Gefühl, das wird einer einem Drogen-Bücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher-Gücher? Some Mark talk like that to an OG? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, 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 homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing. You know, just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit. So put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk. Bullshit, man. It's realer than this crap. Ich hab grad ne Vorahne, welche Mission das ist. Ich habe grad ne Kleine... Ich hab grad ne Vorahne, welche Mission das ist. Ich glaub, ich weiß, welche das ist. Ich glaub, das ist das KD gleich so richtig. Ich hab grad ne Vorahne, ich hab das KD-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K. Ich hab die Buch-K-K-K-K-K-K-K. Lamar Davis. Was's up, boy? Everything cool? Hold on, man. What the fuck? Man, you was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dawg. You don't real recognize real? D, my nigga. Just got out, crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, look, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas dumb. Yo, what the fuck is this trick talking about, man? Yeah, 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 yeah. Somebody crissing on us? They putting a nigga on TV, man. About some gang intervention shit. Hey, this ain't the police door. This some ballers bullshit. Nigga, that's him, man. Oh shit. Ich sag ja, dann ist das die Mission. Okay. Fuck you, nigga. Oh, bitch ass ballers. Come on, through here. I can see that. Send that sucker to his dead home. Sorry, Derek. That's Vic. Now he ain't thinkin shit. Ziemlich einfacher, wenn ich jetzt hier sehen müssen. Munition, Munition, Munition. Fuck you. Was? Ich wollte gerade drauf ziehen, auf die Typen. Ich wollte gerade auf die Typen ziehen. Der ist tot. Der auch. Oh, der ist nicht tot. Also der. Komm. Die ist nicht ohne, die Mission. Definitiv nicht. Geht mal weg. So, die ist tot. Oder der ist tot. Deo, mein Ass, Nigga. Lamar, what the fuck you get this into? You the fool wanted to make money? This shit in the twine. Man, I don't want your clumsy ass falling down these stairs, fool. They was a safety hazard before the blood got spilled all over the place. Never fucking learn. Oh, you see that shit? Einmal kurz in die Wand gedrückt, mein Freund. So, Munition mitnehmen. Step by step jetzt erstmal. Da müssen wir ein bisschen durcharbeiten jetzt gerade. Die ist nämlich nicht ohne, wie gesagt, nochmal die Mission. So, der ist tot. Der auch tot. Bin da schon dran. Ja, 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 ja. Step by step, mein Freund. So, ich versuche mal Munition mitzunehmen. So, weg damit. Sind die Tore jetzt oder was? Alles Munition mitnehmen, auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Was ist der Fuck you? Mit dem Scheißfeuer bin ich gestorben. Nein, nein, nein. Das war natürlich nicht das, was ich eigentlich so erwartet hätte. Der ist tot. Der ist auch tot. Ich brauche eine Munde. So, können wir hier raus, oder? Ja. Die sind beide weg. Ja, Abflug, raus hier. Oha. Gute Nacht, mein Freund. Wir kommen vom Schrottplatz. Irgendwie hier hoch. Ja, hier hoch wahrscheinlich. Ich glaube, den Heli hat es schon erwischt. Scheiße. Ja, sicher. Scheiße. Jetzt hat sie ihn erwischt. Ich habe den Kontrollen. Ich habe den Kontrollen. Ich habe den Kontrollen. Ich habe den Kontrollen. Ich muss da wieder hoch, irgendwie. Jetzt hätte ich jetzt nicht gut gelaufen. so und jetzt hier richtig auch man ja voll offen was ist heute los mit mir hier ja ich höh höh pisser halt die schnauze jetzt muss ich einfach hier kommen jetzt wenn ihr auf die typen erschießen würdet ja mein gott ich habe euch ja ich habe ich was ist denn heute mit den mpc die erraste nämlich gerade voll aus hier ich weiß es ja hier wieder in seine müde der weg ja war mir klar jetzt haut doch mal ab von mir ich müsste auf die schienen kommen das wäre super jetzt haben wir zumindest ein bisschen luft gerade ist gut jetzt mal so jetzt haben wir zumindest ein bisschen luft jawohl wir haben sind kommen wir sind gekommen er gibt nicht wieder zu feld jetzt haus und dann müssen wir dringend mal feierabend machen weil wir sind nämlich durch mit der folge alter was für eine mission ich sage die ist nicht ohne die mission hier 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 Aber auch da werden wir scheißbein Helixer weggeschossen, die haben aber gerade gewiesen weg. Och mann, verarsch mich doch nicht. So, jetzt sind wir wenigstens wieder zu Hause. Gut, das war's. Bestandene Stretch ist raus. Apropos raus, ich würde sagen, wir machen uns auch raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Und vielleicht gehen wir dann mit Michael mal wieder ein bisschen, ne? Gehen wir dann mit Michael wieder ein bisschen auf Raubüberfall, ja. Bis dann, ciao.